Was machst du hier drin? Was sagt sie? Spricht sie ihren Satz? Sagt sie Bloody Mary? Schätzchen, was hat dich letzte Nacht geweckt? Mein Freund. Dein Freund? Hi! Wir haben hier gewohnt? Unsere Tochter redet also mit einem Geist. Ein Leuten sein, die früher hier gewohnt haben. Das ist cool, die gehört jetzt uns. Diese Kamera nimmt Dinge auf, die von keiner anderen Kamera gesehen werden. Ich hab von übernatürlicher Fotografie gehört, aber noch nie sowas gesehen. Wie Schätzchen, wieso bist du wach? Leila steht mitten in der Nacht auf und spielt mit etwas, das nur sie und die Kamera sehen können. Er will mich wegbringen. Wer will dich wegbringen? Toby. Was wäre, wenn jemand all das inszeniert hat, damit wir hier einziehen? Ich hab heute die Agentur angerufen. Sie hat da nie gearbeitet, laut deren Unterlagen. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Ich glaube, sie ist Teil einer Prophezeiung. Maria? Sie wird ein ganz besonderes Baby kriegen. Was ist hier für sie? Vielleicht, vielleicht wird Tobi Leila da hinbringen. Leila, komm und spiel mit mir. VHS-Kassetten, haben die alten Hausbesitzer im Keller vergessen. Also 20 Jahre alte Aufnahmen. Sag mir, was du siehst. Ich glaube, ich sehe zwei Männer. Wie heißt ihr denn?